hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich möchte euch heute hier in der gatorie bauen euch heute hier einen brunnen vorstellen findet ihr die gebäude container hier das gute stück kostet 2000 euro habe ich schon mal hier platziert ja ich würde mal sagen schauen wir uns das mal hier ein bisschen genauer an hier braucht wirklich wenig platz und alles auch mit dem schlauch und ein verschraubten deckel natürlich hier versehen hier unser symbol natürlich hier dass wir hier das fahrzeug hier befüllen können habe hier schon mal angefangen zu befüllen ja geht so gemächlich dahin kostet natürlich auch was bevor ich das nicht vergesse hier ja das gebäude hier hat tägliche unterhaltskosten von 5 euro ja ist ein alter brunnen dem man wasser nehmen kann und ja ist auch für die konsolen hier verfügbar finde ich eine coole sache das ganze immer hier sieht liegt das wahrscheinlich eher an den hänger der langsamen füllzeit natürlich je nachdem natürlich wie das in dem mod hier eingestellt worden ist schauen wir uns auch gleich hier mal die lok an da sind wir hier unsere lok hier ist hier fehlerfrei ja ich hoffe euch hat natürlich hier dieses kurze video hier über den brunnen natürlich gefallen wenn ja schaut es doch wieder rein würde mich freuen hiermit sage ich dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer franz ciao